Der Cheat Day ist ein Tag, an dem man essen darf, was man will und wie viel man will. Das machen vor allem Menschen, die sehr streng auf ihre Ernährung achten und mal an einem Tag so richtig über die Stränge schlagen wollen. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos, die zeigen, wie Menschen bis zu 10.000 oder noch mehr Kalorien an einem Tag zu sich nehmen. Und genau das versuchen wir heute auch. Ich esse nur noch meine Erdnisbutter auf. Das ist so geil. Musik Boah scheiße, jetzt haben wir schon Pizzaburger und Pommes und noch immer nix geschafft. Ich weiß was wir machen, wir trinken jetzt Öl! Ja, wir haben schon eine Schalte. Ja, wir haben schon eine Schalte. Und, bist du noch nicht gut? Der Kopf. Muss ich doch öffnen. Du warst vier, Alter. Schokopizza ist fertig. Schokopizza ist fertig. Schokopizza? Das ist heiß. Schokopizza ist ein bisschen laut. Hier ist auch noch Torte, wenn du noch willst. Ich möchte nur noch schlafen, ist mir schlecht. Das wäre eh nicht so. Was habt ihr denn? Einer geht noch.